Harald Glöckler eröffnet seinen ersten eigenen Store. Große Andrang und Medienrummel sind dabei garantiert. Im Laden selbst Glamour und Harald als Skulptur, Harald als Deckengemälde und mit Kultmodel Amanda Lepore auf seinem Thron. Was diesen Store so besonders macht? Dass es meiner ist, oder dass es nicht meiner ist, sondern ein Harald Glöckler Store ist. Und dass er eben 100% meine Welt wiedergibt, die einmalig ist, wie ich auch. Ich bin in 82 Ländern der Erde vertreten und nun endlich der eigene Store, in dem alle Produkte sind von allen Partnern und noch Produkte darüber hinaus, die nur in diesem Store gibt und die Möglichkeit der Fans einzutauchen in diese Welt von Harald Glöckler, die Welt des Glamours, des Luxus, der Pracht. Und ja, das macht es aus, denke ich. Der Laden in der Berliner Friedrichstraße bietet unter anderem Kosmetik, Handtaschen, Sonnenbrillen, jede Menge Schmuck, Glöckler Bademänte in allen Farben, Babymode und Haustier-Accessoires. Ausruhen will sich der Meister aber in Zukunft nicht. Wir machen weitere Stores auf, wir machen ein Outlet-Store auf, wird das Glöckler Haus gerade gebaut, neue Häuser gebaut, wieder an einem Film machen und, und, und. Bei so vielen Plänen müsste sich Harald Glöckler ja fast eines Tages klonen lassen.